Du wärst ja Doch, ist voll krass Ist bei Raffi auf Instagram auch ein Bild von ihm drin? Ja Ja, dann muss ich die nachher mal suchen Ich hab dich geendet Oh, cool Mal gucken, ob bei dir meine Vorstellung hinhaut Das sagst du vorher, ich muss zuerst sagen Nein, nein, das gucken wir erstmal Oder Kevin schickt's mir einfach, ist egal Was ist der Name von mir? Ja, weil ich bin nicht bei Instagram, das ist ein bisschen blöd Dann meld dich doch kurz an, das ist in 10 Minuten erledigt nicht mal Das steht eigentlich auf jeden Fall in meinen Bildern drauf, aber auch egal Nenn dich Marvin Deluxe Der Burnout hat die Marvins Oder Marvin Schmarvin Achtung, oh, oh, Riven Marvin, 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 komm her Ja, ja, ich komme, okay, warte, warte, warte Zu spät Ja, bitte doch, wei Er hat auch sein Profilbild, ist sein Bild von ihm Er hat auch sein Profilbild, ist sein Bild von ihm Muss man sich jetzt gucken, Marvins, der erste Gast ist, oder? Das halbige WhatsApp Und hallo, er schaut aus wie jeder seiner Charaktere, den er gezeichnet hat, oder nicht? So, ich dachte, das wäre auch gemalt Sag ich dasselbe Bild auf WhatsApp Ja, das dachte ich, aber das hättest du gemalt Nee Okay Das waren nur 6 Feder und ein Snapshot Ja, deswegen, ich sage ja, du hast es gemalt Oh mein Gott Ich habe noch nie gegen Silas gespielt, ne? Ich auch noch nie Ich weiß nicht, was das jetzt hier wird Das wird aber bestimmt ganz grauselig Ja, okay, Renekton Kann man machen Okay, auf diesem Profil von Raffi war ich vorher schon mal Aber hast du dich gerafft, dass er das ist, oder was? Absolut nicht gedacht, dass er das wäre Sag, du, ich dachte auch, dass das ein Hä? Also, ich habe ihn mir schon so vorgestellt Raffi, mach mal die Ohren zu Warum? Einfach so Komm, jetzt etwa die Hassreden Du könntest es falsch interpretieren Warum? Kannst du auch offen sagen Nein, alles gut Du hast mir beigebracht, offen zu reden, Kevin Ja, Kevin Ich bin eine Schlampe und alles Ich lüge ihr auch nicht Ich sage nur nicht Ich achte auf Raffis Gefühle Also, ich würde sagen Meine Vorstellung kann hier keiner tun 80 Jahre alt Feste Stimme Oh, ging richtig nett Kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Ja, ist das Ja, dann surrender wir doch einfach So wie die anderen GameStop Ja, Mann Ich merke schon Ich merke schon Das ist ein echt Krass in diesem Scherf geht Ja, ich dich den ADC Der hat keinen Flash mehr Der hat gar nichts mehr Kein Heal, überhaupt nichts Ai, ai, ai Was macht ihr denn? Sag doch Wer ist das denn? Kebel? Ja, mach doch Was soll das jetzt heißen? Oh Mann Irgendwie war es am Anfang etwas zu aggressiv Ey, ich war überhaupt nicht aggressiv Du standst in den Beinen drinnen Ich war gar nicht aggressiv Ich dachte, wir machen eine Party Ich bin Ezreal Ich kann am Anfang absolut nicht die Ja, die Tristan aber auch nicht Aber eher als ein Ezreal Ja, doch Die macht sehr viel mehr Schaden am Anfang Egal, wir drehen das noch Ey, easy Gibt mir schon mal ein paar Lasts Und ein paar Kills Und dann zieht es ganz an die Schau Uff, das war kacke von mir Um Gottes Willen Der Portal hat zwei Ja, das lohnt sich Das lohnt sich, das für mich jetzt anzumann Bei Instagram nur wegen zwei, drei Leuten Natürlich Das sind drei Follower mehr für uns Ja, okay Ja, dann mach ich das nachher Ähm, hallo? Der ist auch da Wer ist auch da? Ich muss sagen, Sao Ja, achso Hat Nunu irgendwie nicht mitbekommen Aber wisst ihr was? Ich lauf auch mal los I'm on my way Ich kann nicht selber, es kann halt nur passieren Nee Gut Job War nice Ach genau Ja, gut, egal Lassen wir das Ist nicht unser Game, glaube ich Silas ist auch noch da Okay, krasse Duz Ey, was soll ich da machen, ganz herrlich Wir dürfen gar nicht erst so aggressiv reingehen überhaupt Ja, ich war ja gar nicht aggressiv Die ist ja voll auf mich draufgesprungen Wir können nicht ansatzweise mit den Dealen Ich wollte auch, also ich bin ja nicht reingegangen Ich meine, die sind auf mich losgegangen Naja, du bist schon ein paar Mal da rein Und hast versucht, den Kuh und Auto-Attack reinzumachen Ja, aber Und dann sind sie halt reingehüpft, wo du reingegangen bist Auf einmal auf mich losgehen Ja, aber ist ja klar, wenn du vorgehst, dann springen sie drauf und engagieren Ja, aber Das ist ja logisch Alles gut, wir surrendern einfach Ich wollte kein Ding Das ist nur ein Spiel Ey, die Pause hat mir echt gut getan Das hört mich nicht mehr Ich stehe da nur mit der Friedens-Dings in der Hand Und dann gehen die einfach auf mich Kommt der nun auch noch Mario, nicht schon wieder, guck Geh ich immer nach vorne Alter, ich mag noch gar nichts Ja, du gehst immer nach vorne Wieso? Ja, aber wo soll ich denn hin? Hinten bleiben und farmen, ganz in Ruhe Ich kann überhaupt nicht farmen Ja, dann einfach nur healen Bringt doch nichts vor zu gehen gegen Leute, die zehnmal so stark sind Wie siehst du nicht zehnmal so stark? Egal Will ich lieber mal Ich stehe hier defensiv wie... Das habe ich gerade gesehen Unglaublich Guck mal, jetzt geht die einfach auf mich los Ich weiß, dass er gefehlt wird Und er meint, weil Xinshau da ist Jetzt gibt ihr Jetzt gibt ihr Nice Yes, shut up Jetzt kauft ja wohl Aber da konnte ich gerade echt nichts dafür kämpfen Also das muss ich wirklich tun Aber im besten Willen Hätte er weggeflasht, aber ging halt nicht 5-1, äh, schwelle Ja, aber da konnte... Also du musst jetzt zugeben Da konnten wir gerade echt nichts dafür Ich schaue einfach... Da konnten wir auch noch was dafür Und der Tower fällt doch vor der zehnten Minute Es ist top Ich verstehe es nicht, warum ihr immer rein wollt Ich nicht Doch, du bist mitgegangen Nein, ich habe den Nunu gehielt Ja, wieso? Lass ihn doch sterben Ich bin auch hinten geblieben Ich habe euch sterben lassen Hey, hey, der ist auch noch da Der hat meine Ult Alter, jetzt kommt der auch noch Ja, der hat meine Ult Also der kann euch einfach snipen Wenn ihr low seid Also geht einfach weg Geht einfach weg Geht einfach weg Sehr gut, ich bin stolz auf euch Ich habe dir gut gemacht Alter, unter 9 Minuten Erster Tower Ja, meine Güte Es ist aber auch nicht Tana, die hat mit ihrer eh ein bisschen Tower-Tresher Ich finde, wir geben eine gute Bots Das sind immer die anderen Oh, der hat ne Oh mein Gott Was? Ich konnte mich nicht mehr bewegen Was geht ihr denn da rein ohne mich? Nein, nein, nein Das war doch gar nicht egal Oh Mann, ey Aber Raffi hat auch geintet Yes Dann machen wir keine Sorgen Raffi taucht Wenn Raffi mal intet Dann ist das Game eben Ja, ja Also unser Tower ist durch Meine auch klein Er ist es Das hört sich doch nach Ruhe an Ich glaube auch Inten, Inten Oh, ist das das Comeback? Oh, ich sehe schon SS übrigens, ne? Top-Liner auch Ich brauche Kerlen-Battro Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Ich bin... Alles safe Alter, der Nuno Oh, Nuno Oh, Nuno Jawoll Achtung, irgendwann Teleport Oh, Gottes Willen Oh, Gottes Willen Ja, das ist auch so ein Oh, Mann Das ist Seven Surrender Das braucht immer ewig Wir wissen das FFS For fuck's sake, was? Nee, das heißt Surrender Follow Surrender Oh, Mann Für mich ist FFS immer nur For fuck's sake, sorry Ich habe eine Zu schlechte Language Ja, ich würde sagen Eine Bot-Lin liegt es definitiv nicht Nein Never ever Hätten wir auch nie behauptet Ey, wir haben fast alle Zwei Tower Und da 14 Minuten verloren Ja Mann, jetzt redet doch nicht so darüber Das ist doch schon feinig genug, okay? Keine Ahnung, warum bin ich gerade so auf den Sack Nein Also, den letzten drei Wochen war das Depth Die Tiefen Ey, 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 ey Ich muss das auch sagen Wir kommen Pass auf, was du sagst Ich kann ganz schnell mich wieder für drei Wochen verpissen Und auch noch noch länger Auch noch noch länger, oh Gott Nee, das wollte ich nicht Ja, dann Pass auf Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Nur dein Nunu geht drauf Nur dein Nunu geht drauf Ich weiß irgendwie auch nicht, ob ich es vermisst habe oder nicht Irgendwie Ja Na, wir mal Sechs ist erspannend Bot-Game Ah Ja, gewinnbar Aber dann bitte auch nur auf Intro Ui Marvin Du ulti war immer on point Gut ulti Wie Pisona Boah, ich habe keinen Mana mehr, geile Scheiße Aha Irgendwas ist irgendwo Jaaaa Jaaaa Ähm Der Raffi meint gegen vier Leute reingehen zu müssen Ja Raffi, Raffi wollte einfach ausprobieren Ah nee Was knistert, ein Knasser hat denn da wieder Ich Ich Wer sonst Nee Äh Ciao Äh Äh Im 1 gegen 1 habe ich den geholfen Im 1 gegen 1 Bist doch ein Pass Marvin Tschüss Marvin Tschüss Warum tschüss Oh tschüss Tschüss Marvin Ja Wie kann der mir eigentlich die Ult klauen, wenn ich die noch auf Abklingzeit habe Das ist egal Ist egal Ist egal, er kann sie dir ja trotzdem klauen Ist ja lächerlich Kann sie dir auch klauen, wenn du sie noch nicht mal geskillt hast So lange er auch ult hat, kann er es dir klauen Zum Beispiel kann Rivens ulti auch klauen und hat meine Kuh und so Richtig balanced Hauptsache die Leute stecken wieder Geld rein Hä Dafür musst du kein Geld reinstecken Ja, aber gibt bestimmt welche, die kaufen die mit Abklinge Nee Nee, glaub nicht Ich glaub auch nicht Ja, nach diesem neuen System macht das glaub niemand mehr Ah, das steht jeden Tag dummer auf Hehehehehehe Hehehehehehe Heißt er Marvin? Naja, aber ich, ich Kenn Leute, die haben schon Sachen gezahlt, die sind in der kostenlosen Na gut Na gut Gerade so für Linux Betriebssysteme, die eigentlich kostenlos zum Download sind, haben die schon bei Ebay gezahlt Also Das sind dann auch so Leute, die für hier den, äh Winra Open Bixbox Ja, genau so Geld gezahlt haben Und das Oder so eine lebendlange Lesenz für Winra, das Jaja, genau Ja, äh Ja Oh Gott Ja Ach, genau Ich bin zu sich Ah, scheiße Oh, Seersch Ich will ja nicht sagen, ich hab die meisten Kills Ach komm, du hast mir grad den, den, den Tristana vor der Nase weggeschnappt hast Gar nicht wahr Klar, ich hab gesehen, wie du deinen Flash noch geused hast, nur um dich zu drehen Erwischt Vor allem nur, weil du zwei Kills mehr hast, als ich zu check-downen muss Die halbe Miete Die halbe Miete Warte, ich hol mir jetzt den Ding BAM Ja, komm, Schaden BAM Ja, Marvel Ich hab schon einen Ich werd nicht rein, ich hab Angst Du gehst da jetzt rein, Raffi Ich hab Familie und Kinder Nein, jetzt nicht Ah ne, ich hab Frauen und Kinder, Familie und Kinder Basterd Ja, also I'm sorry Der macht mir zu viel Charme Der macht mir zu viel Charme Bleib weg Oh Der war gestunt Nevermind Okay, ich geh da mal weg Ich auch Ah, hier kann man noch mit dem Wort reinstehen. Ah, gegen die Mauer. Oh, halt. Oh, fast. Oh, fast. Mann. Warum eigentlich immer ich? Ist das nicht immer so, dass nur der Support stirbt? Ich stelle, ich mache hier Opfer und ihr machten. Das stimmt nicht. Wir waren dabei. Ne, es macht Spaß. Mach mal weiter. Von 25 Kills bin ich jeder vierte. Ne, mehr sogar. Jeder dritte. Oh, jetzt kommt das wieder in Mathe. Hallo? Mathe ist cool. Mathe ist schein. Mathe habe ich erfolgreich nach dem Abi nicht mehr gebraucht. Für gar nichts. Reicht gerade so für drei? Mann, es reicht für den Staschenrechner. Der sagt mir alles, was ich wissen muss. Ich finde, wir sollten echt noch ein Spiel machen, wo es wirklich läuft. Ja, Urf. Aber guck, jetzt läuft es doch auch schon. Wo läuft es denn? Hallo? Rückwärts den Berg runter? Ich bin fast so oft gestorben, wie wir Kills haben. Was? Ich will Brauchhilfe. Oh ja, hier kommen alle. Ich will nichts sagen. Oh mein Gott. Äh, Team? Nö, nö. Mach mal. Ja, aufgeben, Alter. Kein Bock mehr auf die Steams. Oh, Alter, dieser Fun. Wirf ihn doch mal weg, oder? Ja, es liegt jetzt auf mein Bett. Kusche ich mich. Später. Äh, geh doch einfach mal Fun-Flaschen wegschaffen. War ich ja. Ja, ich war auch gestern. Ja, 70 Euro Fun. Was? Ja, es waren ein paar Säcke, aber... Okay, also ich hab gestern für 6 Euro Fun weggeschafft. Also... Schon krass. Mal der Vergleich für dich. Fehl ja nichts, Sanger. Ich hab die meisten Farben. Jetzt kommt der wieder mit seinem Farben. Super. Ich hab gar nichts. Ich bin einfach nur schlecht. Weißt, Raffi, ich würd sagen, das nächste Mal, wenn du dich irgendwo bewirbst, machst einen Screenshot von Riot. Schreib schon zu meinen Farben. Und dann guckst du mal, was passiert. Mann, das überlebt ihr halt auch noch. Tade. Äh, hallo. Maffi. Alter, ich opfer mich und ihr guckt zu und applaudiert doch mal was. Uuuuhhhh. Unglaublich. Guck mal, wie ein Kerl wegkriegt. Waaaaaas? Sie ist nicht gestorben? Sie bitte? Ach, Herrgott. Echt. Die Tristana war eigentlich tot. Eigentlich. Ohne Mist. Sie ist doch tot. Ja, aber doch nicht von mir. Die war von meiner Hand tot. Oh, komm. Block den, block den. Uiuiuiui. Der macht auch ganz schön damage. Und das, das ist nur so ein liebliches Krokodilisch. Pfff. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ich hab 5 Level, 6 Level über mir. Ne, 4 Level. Oh Gott, Marvel. Mathe macht Spaß. Mathe mit Marvel. Ich versteh ja nicht, warum wir nicht aufziehen. Ich hab doch Ja gedrückt. Kevin drüber Ja. Was wollt ihr denn sonst noch? Kann ich mehr machen außer Ja drücken. Ja. So viel zu dem Thema. Mhm. Alle gleich so in Depressionen. Nö, mega super. Mir auch. Hab er mit 2,11. 6,7. Ich hab die meisten Kills. Und die meisten Farben. Und. Komm lieber mal auf Bot, da gibts noch ein bisschen Farben. Auf Gehen. Ich krieg lieber die Minions down. Ja, aber Sola. Oh. Okay. Oh, okay. Bye bye. Ja, die überleben auch einfach immer die ganze Zeit alle, das ist ein bisschen nervig. Was ist das für ein Karma-Schild? Ja. Und Sona kann das nicht. Ja, ich will ja Sona keinen Schild dafür. Ja genau, das nehm ich dir doch einfach, Kevin. Ist okay. Glaub ich doch. Man. Warum geh ich eigentlich immer auf mich? Ja, Marvel, dann schwach ich mich auch. 2.13, das ist ja neuer Rekord. Sona May. Ja, Sona, rank 3.